Herzlich willkommen zu einer Folge auf meinem Kanal und zwar vom Vlog. Heute ist Samstag und ja, es ist gerade 9 Uhr am Morgen. Wir gehen um 10 Uhr, kommt der Typ mich abholen, dann gehen wir zum Skigeschäft und mieten die Ski. Also wenn ihr wissen wollt, das sieht so aus. Aber ich hoffe ihr habt einen schönen Samstagmorgen, ich bin irgendwie um 6 Uhr so aufgewacht. Der erste ist auch mal wieder passend zu meinem Morgen. Diese kleine Kacke muss ich abschneiden. Wegschneiden, aber nein, ist egal, ist egal, ist egal, wirklich. Alters, das sieht aus wie ein Kackhaufen. So, jetzt ist es besser, aber Leute, was ist das jetzt, komm, sag mir mal, was das sein soll. Ich glaube, ich gehe mir mal... Oh, ist weg. Also, ich hoffe ihr habt einen schönen Samstagmorgen, ich auch. Morgen geht es dann in den Skilager. Da werde ich jetzt bis wir angetroffen sind an meiner Schule, werde ich noch ein bisschen Vloggen machen. Alles andere muss ich euch danach erzählen, werde ich das beste zusammenfassen, wie ich kann. Also ich kann keine Videos machen vom Skilager, würde das zu gerne tun. Wenn ihr wollt, könnt ihr aber einfach, es gibt sicher noch mehr Leute, die ins Skilager gingen, in Berggrün. Schreibt einfach mal in Google, Skilager Berggrün und dann könnt ihr vielleicht sehen, wo es ist. Ich google mal, wo Berggrün ist. Bieso habe ich das nicht gleich gestern gemacht? Gestern wollte ich welcher oder das übergestern, keine Ahnung. Vorgestern, übergestern, genau! So, wo haben wir es denn, wo haben wir es denn, wo haben wir es denn? Ihr seht es gleich nicht. So. Warte. Berggrün. Mal schauen, wo Berggrün ist. Berggrün. Ah! Mal schauen, wo das ist. Oh Gott! Jesus Christus! Leure! Oh, was habe ich mich eingelassen, Junge? Oh! Jesus, das ist ja... Oh mein Gott! Leure! Also, die ganzen Schönheitsversprechungen waren irgendwie auch nicht so viel. Jetzt natürlich das ist das Bild ohne Schnee, aber stell dich vor, das mit Schnee. Das Dorf ist kein Dorf, mehr so eine kleine Stadt, relativ eine Stadt, aber das ist jetzt auch irgendwie traurig. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass das schon Berggrün ist. Also, sieht irgendwie nicht gerade so groß aus. Keine Ahnung. Vielleicht geben wir Höhen in die Berge, vielleicht ist es gar nicht Berggrün. Aber wenn das ist, dann bin ich ein bisschen enttäuscht, weil ich habe gedacht, das wird ein bisschen größer. Eigentlich wollte ich noch ein bisschen zocken. Und ich war halt so, ich werde Ding für Ding, also Folge für Folge aufnehmen. Vielleicht kommt am Montag drei Folgen raus, weil ich mal Bock habe. So, ich hoffe, ihr hattet einen schönen Samstagmorgen und bis nachher. Tschüss!